Ich telefoniere auch wenig nach Marokko. Ich habe früher viel telefoniert. Mein Vater telefoniert noch oft nach Marokko. Er kriegt oft Anrufe. Wenn der Anruf aus Deutschland kommt, erkenne ich das sofort, weil dann ist er richtig chillig, so ganz normal. Wenn der Anruf aus Marokko kommt... Er denkt, je weiter das Gespräch schreck ist, umso lauter muss er sprechen. Ich so, Weber, leg auf! Du brauchst kein Telefon, der hört dich!